Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Manchmal frage ich mich, was in Menschen hineingefahren ist, welche Negativität, dass sie ihre kostbare Zeit dazu benutzen, sich regelmäßig Videos auf einem Kanal anzuschauen, die sie offensichtlich nicht mögen, ganz im Gegenteil, die sie sogar gar nicht mögen, wo sie offensichtlich auch nichts damit anfangen können. Es ist bei jedem Kanal so, jeder, der sich in die Öffentlichkeit bewegt, ich habe nicht nur Freunde, ich habe natürlich auch immer Menschen, die das nicht mögen, die etwas dagegen zu sagen haben. Ja, und es gibt auch Menschen, die tatsächlich zu reden, von irgendwelchen anderen Menschen hingehen, nur um die Situation zu stören, nur um das Event sozusagen zu stören. Das ist auch bei den Kanälen, die ich auf YouTube finde, der Fall. Je stärker, je erfolgreicher jemand wird, desto mehr Menschen werden natürlich auch kommen, um dagegen zu halten. Das kennt jeder und das ist wirklich auch Teil unseres Lebens. Je erfolgreicher ich werde, desto mehr Menschen habe, habe ich, die mir meinen Erfolg nicht gönnen oder die der Meinung sind, dass ich diesen Erfolg womöglich sogar gar nicht verdient habe. Aber diese negativen Stimmen, diese Negativität, die macht mich natürlich nur noch wesentlich stärker. Menschen, die sehr stark mit der Spiritualität verbunden sind, mit dem Schöpfer verbunden sind, die sehr stark aus ihrer Seele heraus agieren, die wissen das. Die wissen, dass ich mich über jeden negativen Kommentar, über jede negative Bemerkung, über jede große Herausforderung und auch über jede kleine Herausforderung freuen sollte. Weshalb gibt es Herausforderungen? Weshalb gibt es die Dunkelheit, die Negativität? Warum gibt es Satan, den Teufel? Warum gibt es das? Wieso hat der Schöpfer das gemacht? Das kann man sich fragen. Es fragen sich viele. Es gibt auch Menschen, ich kenne auch Menschen, die mir sagen, Ja, solange das hier auf dieser Erde so abläuft, solange das alles so negativ ist, solange es auch Menschen gibt, die hungern oder die nicht alles haben, solange kann ich nicht an den Schöpfer glauben. Ich kann erst an den Schöpfer glauben, wenn alles super positiv ist. Das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Wahrnehmungsweise. Auch wenn sie natürlich absolut wünschenswert wäre und schön ist und auch positiv und auch zeigt, dass der Mensch, der so denkt, ein sehr guter Mensch ist. Aber wir alle haben eine Verantwortung zu tragen für die Situation, in der wir sind. Jeder einzelne kleine Mensch trägt eine Verantwortung. Jeder von uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, dass jeder von uns mit Sicherheit schon einmal etwas im Leben gemacht hat, was nicht absolut in Ordnung ist. Weshalb also gibt es diese Negativität? Nun, der Schöpfer hat genau das so gemacht, damit es uns dient, damit wir wachsen können. Wir haben einen freien Willen. Warum haben wir den freien Willen? Damit wir wachsen können. Damit wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Da haben wir vor einem halben Jahr in ganz vielen Videos darüber gesprochen, über die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Nicht, ob ich jetzt eine rote oder eine grüne Jacke anziehe oder dunkle oder helle Schuhe anziehe. Nein, die Entscheidungen gehen natürlich viel, viel weiter. Sie spielen sich, richtige Entscheidungen spielen sich auf einem ganz anderen Niveau ab. Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich mich tatsächlich dafür bedanken kann, dass ich eine Herausforderung bekomme, wo ich es schaffe, dem Schöpfer zu sagen, Danke für diese große Herausforderung. Denn es zeigt mir, dass ich weiter wachsen kann. Dass ich auf die nächste Stufe ankommen kann. Danke für diese große Herausforderung. Ist natürlich schwer, ja? Wer kann das? Hm, vielleicht. Wenn ich ganz weit fortgeschritten bin und ich kann es mir natürlich auch immer wieder mantramäßig einreden. Aber wenn ich wirklich an den Punkt gekommen bin, wo ich sage, das, was jetzt geschieht, das, was mir jetzt gerade so schwerfällt, das ist einzig und alleine da, damit ich wachsen kann. Weil es mir gut tut. Weil ich diese Herausforderung bestehen kann. Wir bekommen keine einzige Herausforderung in unserem Leben, die wir nicht bestehen können. Und ja, es ist wirklich so, wenn ich auf einer Ebene angekommen bin, alles ist wunderbar, dann kommt wieder was Neues und es ist noch schwerer, dann sage ich, es kann doch nicht sein, verdammt nochmal. Ich möchte endlich Ruhe haben. Ruhe gibt es hier auf dieser Erde nicht. Wenn ich hier auf dieser Erde, ja, natürlich für Zeiten, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und dann kommt wieder was. Wenn ich es schaffe, dann zu sagen, juhu, es gibt wieder eine Herausforderung, die habe ich bekommen, um sie zu bestehen, aus der Liebe heraus. Ja, nicht aus der Negativität heraus, sondern aus der Liebe heraus. Dann bin ich einen Schritt weiter. Der Schöpfer möchte nicht, dass wir uns hier ausruhen. Er möchte, dass wir hier wachsen. Er hat uns diese Negativität gegeben, damit wir lernen, damit wir damit umgehen können. Und bis jetzt scheitern die meisten von uns kläglich. Scheitern wir nicht nur im Kleinen, sondern scheitern wir auch im Großen. Das, was wir im Kleinen haben, sehen wir natürlich auch im Großen, ja. Das Kleine. Der kleine Kern ist natürlich auch immer das, was ich im Großen habe, hier auf dieser Erde habe, in der Weltpolitik und so weiter. Eine Situation, wo ich auch schon in einem anderen Video darüber gesprochen habe, was natürlich auch von allergrößtem Ego und auch von allergrößter Negativität zeugt, ein Zeichen ist für allergrößte Negativität, ist, dass es, und das war vor ein paar Wochen so, dass junge Menschen, und ich glaube, es waren auch ein paar ältere Menschen dabei, angeblich, um das Klima zu retten, wertvolle Kunstwerke zerstören wollten. Es hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ich glaube, nur in ein, zwei Fällen hat es funktioniert, in anderen Fällen nicht. Und da habe ich gedacht, welche Denkvorstellung, welches Denken steckt dahinter, wenn ich hingehe in ein Museum und ein Topf Farbe oder Öl oder was auch immer, auf ein Kunstwerk schmeiße und ich glaube, damit das Klima retten zu können. Jetzt werden einige Zuschauer sagen, ja, Frau Zimmermann, das sehen Sie aber sehr kurz und sehr eingeschränkt, denn sie wollten damit natürlich nur ein Zeichen setzen. Sie wollten damit auf sich aufmerksam machen. Aber warum muss ich dann so eine negative Aktion mir raussuchen? Dieses Kunstwerk wurde gemacht von einem Menschen, manchmal einem Menschen in Not, Vincent van Gogh. Er war ein Mensch in Not. Er hatte allergrößtes Talent, psychisch große Probleme, auch finanziell große Probleme. Er hat da, wo er gegessen hat, mit Gemälden bezahlen müssen. Er hat, ja, in dem Sinne dann arbeiten müssen, damit er etwas zu essen hat. Und heute kosten diese Bilder viele, viele Millionen. Und einige sagen, ja, wenn der gewusst hätte, wie teuer seine Werke werden. Vielleicht weiß er es sogar. Vielleicht ist er auch wieder hier. Vielleicht sogar als Museumsdirektor die Möglichkeit besteht. Das spielt auch keine Rolle. Wenn ich gegangen bin, wenn meine Seele aus dieser Rolle hier auf dieser Erde gegangen ist, dann ist diese Rolle für mich gespielt. Dann bin ich nicht mehr Vincent van Gogh oder nicht mehr Vermeer. Aber da kommen Menschen, viele Jahrhunderte später, und zerstören das. Und vielleicht sitzt er irgendwo und sagt, warum, wieso? Finden sie das jetzt plötzlich so hässlich? Nein, sie tun es, um auf eine Sache aufmerksam zu machen. Und es tut mir leid, vielleicht wird der ein oder andere Aktivist jetzt sagen, dass ich gar nichts verstanden habe. Aber glaubt mir, das ist allergrößtes Ego. Das Werk eines anderen zerstören zu wollen, einzig und alleine, um auf etwas aufmerksam zu machen, was sowieso sehr, sehr schwierig ist zu stoppen. Ja, wir tun so viel, wir haben auch die Zertifikate. Habe ich in vielen Videos darüber gesprochen. Sie schaffen natürlich nicht das Problem ab, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist ein zusätzliches Geschäft. Es ist ein zusätzliches Verdienstmodell. Und damit ist es auch zusätzlich für einige wenige wieder etwas, wo sie reicher mit werden. Aber bezahlt wird es natürlich vom Bürger. Aber die große Masse der Menschen wird dadurch ihr Verhalten nicht ändern. Nicht einmal die Fabrikanten, diejenigen, die die Zertifikate bekommen, verändern ihr Verhalten. Das sehen wir doch. Statt weniger gibt es immer mehr. Immer mehr. Immer mehr Produktion. Immer mehr konsumieren. Immer mehr statt weniger. Und deswegen hier nochmal gesagt. Denkt nach. Wo ist mein Ego? Weshalb mache ich es? Weshalb mache ich etwas? Und vor welchem Karren lasse ich mich spannen? In dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und das mal Acht ? Bis zum Schluss.